Ich krieg dich noch. Oh! Super Turret. Oh. Bäh. Die. Au. Also mit dem Set kann ich nicht wirklich umgehen. Das sag ich mal so. Ähm, da ich immer ne Smash-Waffe brauche. Also ne Mini-Bappen. Ganz einfach, um jemanden wegzuschrumpen, falls er mir zu nahe kommt. Aber bei dem Set hat das wohl nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Du sollst spät den ganzen. Danke. Oh nein. Oh nein. Vergiss es. Whoa. Nevermind. Oh nein. Das ist die jetzt ein bisschen scheiße. Uh. Boah. Den hab ich noch erwischt. Den nicht. Oh. Nase juckt. Oho. Oho. Ich sollte vielleicht nicht offensiv spielen mit so nem Set. Boah. Glück auf. Und da geht's unser Doppelkill. So. Ich klapp aber mal hinten. Und der ist dran. So, das liegt manchmal ein bisschen lauter, sonst hat man das ja gar nicht. So, wir nehmen Fly-Dash. Wing-Dash, was auch immer. Und das Set benutze ich dann in einer anderen Map nochmal, denn es ist die schlechteste Map, die ich mit diesem Set machen kann. Nein, Station 2 ist eine gute Map, aber mit diesem Set ist das extrem kontraproduktiv. So, dann wollen wir nochmal ein bisschen hier Punkte sammeln. Denn Wing-Dash ist auf dieser Map einfach, äh, awesome. Wenn es Sita dabei wäre, wäre das nochmal doppelt so gut. Oha. Ei, ei, ei. Und der ist drin. Oh, 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 was war das denn? Uh. 14 HP, willst du mich verarschen? Ah. Ah. Wie ich auf Station 1 in 0,3 Sekunden sterbe. Ah, nein, 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 nein. Du schubst mir nicht davon. Hast du vergessen. Nevermindchester. Oh, 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 oh. Touchdown. Du hast einen Score. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Show mir, S4. Die habe ich sie nicht erwischt. Gute Nacht. Kommt eh noch einer. Gute Nacht. Superspam. Und danke fürs Heim. So, jetzt richte Musik ein bisschen leise und noch wieder den nächsten Track. Ähm, was machen wir denn mal? Oh, jetzt läuft die Queen. So. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen statten kümmern. R&C ist dabei. Du hast mir. Warum krieg ich so viel Damage? Scheiße. Get the fuck off. Boom. Ah. Achso, da kommt keiner. Wow. Da kommt er schon wieder. Flick. Flick. Natürlich sterbe ich wieder direkt. Das ist euch ein einziges. Wir pennen nicht, nicht, nicht. Komfortabel. Wer bemeint? Äh. Das war... Strange. Was sagt mir eigentlich unsere Ruhe? Die sagt 37 Minuten. Und was sagt unser Speicherplatz? Ach, geht. Uah. Holy moly. Was war das denn bitte? Muss ich wohl das Setment bald abbrechen, denn, äh, ich war anfangs bei, äh, 157 GB und bin jetzt bei 80. Das heißt, ähm, da sind schon ein paar draufgegangen. Und wenn ich jetzt nochmal so weitermachen würde, geht mir bald der Speicherplatz aus. Was war das denn, äh, ich war anfangs bei, äh, ich war anfangs bei, äh, ich war anfangs bei. Na, bleh, bleh, bleh. Whoa. Na, also hab ich dich jetzt. Ist er drin? Nein, er ist nicht drin. Recovery please Backel Krieg ich das hin? Und dann nächste Joa, was war das denn? Joa Oh, wie ich nicht sterbe hier drauf Das ist ja wirklich nicht aufzuhalten Oh, noch ein TD Und wir haben das Match auch in Daunt Come on Kill all the enemies So Wenn wir Glück haben, können wir den Abstauben Und rechtzeitig den Ball reinhauen Wenn der es nicht schon selber schafft Ah Zwei Hips Bomben, okay Na gut Ich dachte schon, er stoppt jetzt wieder ganz schön jemand ab Woah Get off Boah, zum Glück hat er Der Gegner hier den Ball gekriegt Fress mein CS Danke Recovery Da vorne Recovery Hier Nein, wenn du nicht von mir weg Was soll ich denn da groß machen? Ich hab drei HP Na gut, das Match ist eh vorbei Ich hab drei HP